Moin, ich bin Sascha von Eventmatzen und hinter dem Türchen Heute verbirgt sich ein ganz tolles Projekt. Da geht es nämlich um die mentale Gesundheit für Kinder aus der Demokratischen Republik Kongo. In vielen Gebieten gab es immer wieder Naturkatastrophen oder bewaffnete Konflikte. Viele Kinder mussten aus ihrem Zuhause flüchten und haben mit Stress und Traumata zu kämpfen. Um diese Kinder zu unterstützen, hat sich die Organisation WorldShide ein ganz großartiges Programm überlegt. TeamUp. Da können die Kinder durch Spiele und Bewegung ihre mentale Gesundheit stärken. Mit der guten Tat von heute unterstützt ihr Kinder in der Demokratischen Republik Kongo und den Nachbarländern wie Uganda, damit sie an dem Programm teilnehmen können. Da gibt es dann Materialien für das Programm und ganz wichtig, eine Ausbildung für Ehrenamtliche, die dann mit den Kindern die Sessions umsetzen. Ich finde es besonders toll, dass das Programm ohne Sprache funktioniert. Das heißt nämlich, alle können mitmachen. Das finde ich richtig super und deshalb liegt mir das Projekt besonders am Herzen. Tschö!